Irgendwie die Tür zumachen? Eine Mine habe ich unten hingelegt auf jeden Fall. Ich habe hier an der Trette eine. Hier an der Tür habe ich auch noch eine hingelegt. Kannst du den Abholpunkt sehen? Tobi, hast du keine Platte? Wie? Achso, doch habe ich. Nee, von hier nicht. Oder von hier unten? Von dieser Etage? Kann man hier nicht irgendwie rüber gucken? Doch, hier. Oh ja, von hier aus können wir den Punkt sehen, Alter, perfekt. Von hier unten, ey. Stehen wir hier zu dritt, oder was? Nee, nee, das mache ich nicht mit, ey. Nachher sind wir alle down. Ja, kommt eine Panzerfaust, Alter. Ja. Ja. Ein Haus weiter. Da kommt einer rüber. Reik! Ein Shitbreak. Nicht. Liegen beide. Einen hab ich down. Ich laufe mit Reik, ich nehme den linken. Ich laufe mit euch. Geht direkt in die Hütte rein. Kurz nachladen, Schilder. Und weg. Irgendwo ist hier noch eine Kiste. Hier liegen noch Schilde. Hier liegen noch Platten. Hier liegen noch Schilde, hier liegen Platten. Hier liegen auch noch zwei Platten. Okay, ich bin mit Platten voll. Hier sind auch noch welche. Leute, habt ihr Munition genug, oder wollt ihr haben? Ich hab Kiste. Ich hab auch Kiste, alles gut. Ich hab genug. Ich bin voll. Okay, schmeiß einfach raus. Ich hab gleich eine Drohne raus. Ja, mach das. Ich war das? Ja. Alles weiter, oder was? Äh, ich weiß nicht. Nee, hier ist immer noch der Abholpunkt. Ja, wollen wir den Heli holen? Ich weiß nicht. Nee, ne? Wir sind Erster. Scheiße, ab und zu. Ja, ich wollte grad sagen, habt ihr noch Min? Ich vernehm alles. Ich hab auch. Ich hab auch. Da unten ist zu. Okay, Fenster. Das Fenster ist zu. Hier die Tür ist auch zu. Okay, super. Hier ist nur noch ein Fenster. Ist auch dicht. Und dann nochmal. Da hab ich auch gemint. Komm rein, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm hoch. Ja, warte. Ich hab nur geguckt, ob hier noch was ist. Nee, wir haben alles. Oh Mann. Das wird ekelig. Das kann ja ekelhaft werden jetzt. Da knallt es schon. Achso. Ich hau lieber raus. Ich hau lieber raus. Das ist hier. Könnt euch. Okay. Einfach nochmal wegen den Minen. Ja, ja. Hier ist das ekelhaft. Zurück an der Spitze. Ja, sauber, ne? Wie der Überlebenskit. Ich hab, ich hab. Da wird gekämpft. Ey, das ist doch ekelhaft. Ja, lass uns machen, lass uns machen. Zehn Minuten müssen wir das halten. Ja, aber dritter. Aber das ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir halten das. Warte mal ab hier. Ja, das Durstück nervt mich hier. Ja, das geht nicht weg. Nee. Ich hau da drauf. Das eine Stück bricht ab, das andere bleibt täglich. Ich denke so, okay, danke. Warum nicht? Ah, ich hab wieder Langeweile. Achtung. Ist es Raya? Ja, wenn sie hochkommen, genau. Genau dahin, bitte. Ja, korrekt. Oh, hier, hier ist gut. Oder hier. Ja. Ja, wenn sie hier hochkommen, dann kann ich auf die Treppe springen, Alter. Ich glaub ja, klar. Ist ja Boden. Ja, dann mach ich das da ran. So. Da das. Hier, direkt auf die Treppe. Da das, Alter. Von oben geht wohl besser, ne? Digga. Fass mich auch für scheiß Langeweile. Ja. Richtig. Na, theoretisch können wir ja raus, ne? Aber, aber lieber, ne. Nee. Oh, hinter uns ist eine Art Setzstelle hochgekommen. Hast du nicht schlimm? Nö. Die wird jetzt hier auch bleiben. Die wird jetzt hier auch bleiben. Vielleicht kriegen wir ja von hier weg. Die sind da hinten im Waldstück. Auf 303, 305, so. Munitionskiste ist voll. Meiner auch. Meine, ich hab' ein Schild. Scheiße. Scheiß platzieren. Ah. Wenn ich hier an der Treppe hinstellen soll, ne? Nee. Ich muss die Mine hier oben wieder wegnehmen. Hä? Was ist das da hin machen? Man kann bloß zwei Minen setzen. Den Rest, den man setzt, geht die andere weg dann. Okay. Ja, wir sind Zweiter, ne? Ja. Du könntest dein Schild nachher hier unten hinstellen. Direkt vor die Treppe, dass die erst rüberspringen müssen. Ja. Ich werd' noch ein bisschen mit dem Sniper glotzen. Aber da geht nix. Es geht nicht, Jessica. Sagt doch, ich hab' schon ein Stück von dem Scheiß weggemacht. Oh, wer war das? Fang bloß nicht an zu schießen, ey. Nee. Aber die Abbruchstelle ist hinter uns, ne? Ja, aber es kommt ja keiner, zum Glück. Ist da gerade ein Fallschirm gekommen? Dieses windige. Habt ihr das gehört gehabt, als wenn eine Fahne weht? Nein. Ich hab's gehört. Ich seh' keine Fußspuren. Ich hör' auch keinen mehr. Ne. Soll' wir losgehen gehen? Ich geh. Ich geh schon. Genau. Mach' dir mal. Alles gut, ist nix. Da kommt ein Heli. Der fliegt weg, aber von der anderen Stelle wahrscheinlich. Vorhin war ich mit Raik auf Platz 2 und dann auf einmal waren wir Vierter. Mhm. Als das Spiel vorbei war. War auch komisch. Mhm. Theoretisch wäre da hinten ja auch noch ein Haus, ne? Ja. Die sind wie der Erste, ne? Mit 4.000. Ja, weil wir das Geld halten und die anderen eben nicht, ne? Ja. Ja. Jeff raus, oder was? Ich geh' immer hier rüber. Äh. Sie ist Kielz, ey. Wo machst du das? Und es ist jemand. Bei uns ist einer Jeff. Ich komm' sofort. Ja, ist wirklich. Läuft hier rum. Ja. Ich bin wieder auf dem Weg zurück. Nee, ah. Das hat er doch gehört, Raik. Aber das hat er doch gehört. Oh, oh! Es bei Jeff. Oh! Nee, nee, da kommt einer draußen. Ähm, von links, Raik, quasi. Scheiß, ich muss noch mal runter die Mine hinlegen. Dann los, komm, komm, komm. Los, hoch. Der hier kalt? Also, ich wurde auf jeden Fall von ungefähr links angeschossen. Ja, und da und zwar auch einer. Da, da, in der Hütte, in der Hütte. Oh! Geradeaus, pass auf. Ja. Genau aus dem Fenster geradeaus. Er sniped. Okay, jetzt wollen wir sonst holen. Da kommen welche mit dem Hubschraube. Scheiße. Werde hier mit! Mann, nein, scheiße. Oh, der hat mich gleich. Ja, den lasse ich's, den lasse ich. Ja, ja, genau. Lass ihn kommen, sie können doch von oben gar nicht rein. Macht eure Platten. Ich packen Platten auf, er braucht. Ah, ja. Und zwei habe ich noch, wenn einer braucht. Ja, ich habe auch noch zwei. Warte, 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 drei Quarte. Ja, ja. Jetzt, jetzt ist er weg. Er hat aufgegeben. So, warte. Okay. Ich gehe schnell hin. Ich laufe ganz schnell hin. Meine Minis kaputt unten. Und unten ist noch einer, das ist eine rote Spur. Was ruhig. Der ist unten links, Treppe runter links. Ich hätte ja Bock zu gucken, ne? Mhm. Aber Jess ist besser mitschießen. Und nur auf vier Minuten. Wir haben... Äh, von draußen Nordwest. Also da drüben. Da, 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 da. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Sogar da hinten auch. Oh, oh. Nicht so viel Schießerei. Lass die, Alter. hier rein. Ich kann den anstrecken. Oh, die kommen mit einem riesen Auto, Mann. Ja, Mann. Drei Minuten noch. Halten wir das? Ja. Da hinten auch zwei Mann. Oh mein Gott. Nix machen. Lass sie einfach reinkommen. Rücke vor. Sie waren hier. Halt. Vergesst es. Das hat sich erledigt. Oh. Damn you. Komm schon. Auf die Weine mit dir. Ich wollte sie? Ja. Lass, lass, lass. Also drei Mann. Lass. Lass es feste. Ich denke mal, die wollen uns trotzdem holen. Ja, na klar, na klar. Ist ja leichtes Fässchen, ne? Ja, lass sie machen. Lass sie machen. Hinlegen, Alter. Oh, gut ist. Oh, geh nicht runter, Reik, Alter. Schill, bin ich selbst. Unten kommt einer rein. Achtung. Komm hierher. Ja, warte. Komm, welchen mit dem Auto? Wir sind wieder Zweiter. Vollmannsvergeschoss. Er schießt durch die Wände. Ich bin aber nicht getroffen. Unten ist einer rein. Ah, nein. Ich muss mal ganz schnell hier meine Dings machen. Unten kommt eine. Psch, 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 psch. Ja. Noch nicht, noch nicht. Jetzt gleich, jetzt gleich. Jetzt. Lass noch eine. Ja. Nachladen schnell. Ja. Einer ist da noch, die waren zu zweit. Okay. Ne. Der eine ist gleich wieder zurückgegangen. Ja, ja. Hörst? Ich höre ihn. Ey, wenn der jetzt gleich was... Der ist K.O. Ey, da ist noch einer. Ich hab, ich hab, ich hab. Alles weg. Oh, da sitzt noch einer, glaube ich. Ne, doch nicht. Alter, wir sind EST. Leute, wisst ihr, was das heißt? Die werden jetzt richtig... 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 Hier in der Munitionskiste. Schnell runter, alles vermieden. Beall durch. Die Tür. Gut, hoch. Ah, da kommt schon eine. Ja, komm, komm, komm. Komm schon oben. Komm her. Nee, hier hinten wieder. Hat ja funktioniert. Alles gut. Ich hab auf der Treppe noch mal eine hingelegt. Du liegst im Weg. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Kommt einer, ist im Haus. Ja. Okay. Erste Minis down. Zweite auch. Zweite auch. Dritte auch. Dritte. Dritte auch. Oh. Ja, wir sind der erste Leute, die werden uns holen wollen. Wie viele Minuten? 44 Sekunden. Oh, komm, das müssen wir... Das Ding nehmen wir mit. 70 Sekunden noch. Feinde landen im Einsatzgebiet. Erster weg. Nachladen. Okay. Kommt noch eine. Schieß, schieß, schieß. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sammel, sammel, sammel und kommt wieder zurück. Alter, 620.000. Platten nachlegen. Da kommt einer. Alter. Da, hier steht einer auf der Treppe. Ja. Da ist der Platz. Da ist der Platz. Sehr geil. Ding nehme ich auf. Ding nehme ich auf. Definitiv. Schade. Und wieder nur 15 Minuten. Ja, wir müssen es noch ändern. Boah, 22.000 EP. Boah. Ach.